Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ihr seid alle gut in die neue Handelswoche hineingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 38.500 US-Dollar. Es hat sich im Endeffekt wenig getan. Ich habe erst überlegt, ob ich überhaupt ein Video mache. Aber gut, wir gehen nochmal auf das Spezielle ein, dass sich jetzt den nächsten Tag einfach nichts tun. Dann haue ich einfach kein Video raus, weil im Endeffekt, es hat sich wirklich wenig getan. Kurzer Reminder, wir haben gestern mit den Jungs, beziehungsweise ich mit den Jungs von Trading on Air, einen Zweiteiler aufgemacht, übersteppen. Wenn ihr so einen Code gewinnen wollt, einfach unten einen Kommentar unter dieses Video schreiben. Und auch bei den Jungs. Und dann wird heute der Erste verlost und ich glaube am Donnerstag der Zweite. Ansonsten lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ich euch immer wieder auf den Sack gehen soll, lasst auf jeden Fall ein Ding da auf der Glocke da. Ihr wisst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall, momentan traden wir bei ungefähr 38.500 US-Dollar. Wir gehen mal ganz kurz in den 4-Stunden-Chart. Wir sehen eigentlich keine signifikante Änderung. Wir hatten unseren Bounce am S1 im letzten Monat noch, also übers Wochenende. Jetzt hatten wir die Rejection am Monats-Pivot, beziehungsweise am Monats-Pivot diesen Monats jetzt, plus an den 4-Stunden-E-Mail-Ribbons. Wir kriegen kein Handelsvolumen rein. Volumen ist absolut Richtung Null gehen momentan. Trotzdem bin ich irgendwie zuversichtlich diese Woche. Einerseits haben wir unseren Retest bekommen von unserer gelben Trendlinie. Hat perfekt gepasst. Trotzdem. Wir haben am Mittwoch, glaube ich, wieder erneut Fettsitzungen. Wird wahrscheinlich vermutet, dass wir auf 0,5% Zinsen nochmal erhöhen. Also um 0,5% Punkte. Wäre für mich ein gutes Ding, um einfach diese kurze Kapitulation in Richtung der 36k, beziehungsweise 37k zu machen. Monthly S1 plus Falling-Vetch-Retest vielleicht sogar ein bisschen drunter, einfach hier in diesen 36-2er-Bereich, um dann, sag ich mal, weiter nach oben hin, sag ich mal, auszubrechen oder endlich mal dieses Breakout hinzulegen. Trotzdem. Vorsicht momentan noch im Markt. Wir schaffen es nicht, ein höheres Hochzubilden. Wir sind klar in einem Downtrend. Wir bilden keine höheren Tiefs. Auch bisher zumindest. Das werte ich jetzt mal noch nicht als höheres Tief, weil das ist gammelig, sag ich mal jetzt in Anführungszeichen. Also gefällt mir noch nicht wirklich. Ansonsten Falling-Vetch. Weiterhin in Play momentan. Zählt auf jeden Fall immer noch. 4 Stunden E-Mail-Ribbons weiterhin als Widerstand. Das ist das einfach, was momentan zählt. Was wir übergeordnet noch ein bisschen feststellen können, ist ganz interessant. Und zwar ziehen wir uns jetzt einfach mal von ganz unten, von unserem 32.800, wenn es gehen würde. So. Ne, es geht nicht. Neuer Versuch. Von unseren 36.000, äh 32.900, sorry Leute. Unser FIP-Level bis ganz oben. Und dann sehen wir auch, wir sind hier genau momentan in unserem Golden Pocket. Ob das jetzt ein gutes Zeichen ist für mich? Ja, wir sind zwar kurz drunter gebrochen, wurden aber immer wieder aufgekauft. Also ihr seht diese Confluence in diesem Bereich. Zwischen diesen 38.000 US-Dollarn und 37.000 ist schon relativ krass. Und auch hier würde passen. Vom 0786er liegt auch bei 36.2. Das heißt, diese Confluence in dieser Range passt einfach momentan mit dem Play, sagen wir mal, was wir schon seit Tagen, eigentlich im Endeffekt oder seit einer Woche besprechen, weiterhin rein. Dieses kurze Shakeout nach unten. Aufs 0786er. 0786er muss dann aber unbedingt halten, sag ich mal. Ansonsten können wir wirklich nochmal in den Bereich der 30 bis 32K gehen. Brechen wir hier runter. Werden dann aufgekauft und schaffen dann vielleicht unser finales Breakout wieder hoch zu unseren 48K. Aber wie gesagt, das ist Zukunftsmelodie. Ich möchte nicht zu viel versprechen, aber das ist so momentan das, was ich einfach im Play habe, beziehungsweise was ich mir am meisten vorstellen kann. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Ethereum, aber in 4 Stunden Chart, sieht besser aus. Auch hier weiterhin unser mögliches Falling Wedge, auch wenn ich da nicht so begeistert bin. Wir sind auch hier vom Golden Pocket nach oben hin gebounced. Hatten jetzt Probleme hier mit dem 0,5er Fibonacci Retracement Level und den 4 Stunden EMA Ribbons. Also auch hier relativ gleiches Spiel. Nur hier hatten wir schon unseren Bounce am Golden Pocket. Werden wir bei Bitcoin immer noch im Golden Pocket rum bouncen, sag ich mal, beziehungsweise hier noch ein bisschen Luft nach unten hin haben. Ansonsten relativ gleiches Chartbild. Falling Wedge weiterhin im Play. Das heißt, wir haben auch hier auf jeden Fall noch Zeit, ein bisschen zu konsolidieren, bis wir dann wirklich dieses Breakout sehen. Aber auch hier im Endeffekt nicht wirklich viel Neues. Das Einzige, was es noch ein bisschen gab, ist, dass wir hier ein bisschen mehr Handelsvolumen auf den 4 Stunden Chart reinbekommen haben. Aber gut, für den Breakout hat es sich gereicht. Die Widerstände sind einfach noch zu groß. Trotzdem, was wir uns mal ganz kurz angucken können, auch wenn es jetzt eigentlich nicht geplant war, sind die BTC-USD-Longs. Und die gehen einfach steil bergauf. Nachdem wir damals bei 48k waren, gingen die dann runter, war so ein erstes Anzeichen zu einem kleinen Cooldown, und es dann noch ein bisschen heftiger ausgefallen ist. Und jetzt haben wir ein neues Hoch erreicht. Wir sind jetzt hier auf einem 4-Stunden-Chart, immer auf dem Daily, und da seht ihr einfach, die nehmen extrem zu. Und das letzte Mal, als die so extrem zugenommen haben, das war dann hier unten, da waren wir auch so bei 30, keine Ahnung, 32k, keine Ahnung, irgendwie sowas, und hatten dann unseren Bounce nach oben in Richtung 48k. Also das ist schon mal ein guter Indikator. Diese nehmen signifikant weiterhin zu. Gutes Zeichen, werden wir in den nächsten Tagen sehen, aber es würde einfach zu diesem letzten Shakeout nochmal passen. 36k runter, Longs rausnehmen, zumindest die kleineren Longs. Das sind Longs, die schon länger aufgebaut werden und die viel, viel mehr Luft nach unten hin haben. Aber gut, werden wir beobachten, jeden Tag mal einen Blick drauf schauen. Momentan sieht es gut aus. Schauen wir uns noch ein paar Altcoins an, wobei es da immer noch, ich bin immer noch der Meinung, nehmt die Finger weg von Altcoins momentan. Wenn dann maximal Zweierhebel, Cardano, Falling Redge, Fakeout nach unten, wieder innen drin, 4 Stunden E-Mail-Ribbons, Widerstand, gleiches Bild. So, schauen wir uns XRP an, relativ gleiches Spiel. Hier hatten wir unseren Bounce, sag ich mal, an dieser komischen Linie, aber wir haben noch kein Lower Low gebildet, eigentlich ein gutes Zeichen. Ansonsten, klarer Downtrend, auch wenn wir jetzt dieses Hoch rausgenommen hatten, wäre es wichtig, zumindest den Bereich von 0,66 rauszunehmen. Mögliches Inverse Head & Shoulders, hier erstmal der Fall. Trotzdem, Vorsicht Leute, echt hier mit Mini-Mini-Hebel, vielleicht eine Swing-Position reinversuchen. Bin ich jetzt auch schon am überlegen, das bei einigen Altcoins zu machen, mit einem Zweier- oder Dreierhebel, um überhaupt in den Markt zu kommen. Und dann schauen wir weiter. Aber dann muss natürlich auch klar sein, okay, wir haben hier noch eine Menge Abwärtspotenzial, ich sag mal hier runter, bis in den Bereich von 0,50 Dollar, ist eine Möglichkeit. Das heißt, ihr müsst dann auch hier mit Verlusten von ungefähr 15 Prozent klarkommen. Deswegen, kleiner Hebel, Zweier- oder Dreierhebel, dass ihr so ungefähr 30 bis 45 Prozent Risk habt, ist zwar immer noch heftig, aber wenn ihr klein einsteigt, mit einem kleinen Hebel, könnt ihr die Position nach unten hin aufbauen und dann möglicherweise in diesen Swing mitnehmen. Das ist jetzt so der Plan, den ich verfolge. XRP, Cardano und was wir uns nochmal angucken können, FTM, wo haben wir denn FTM, auch deutlich am Abkacken, sag ich mal hier, ganz auf Deutsch gesagt, 0,65 Dollar sind wir runter, seitdem sehen wir einen kleinen Bounce. Das war auch der Moment, wo ich auch wieder ein bisschen nachgekauft habe, hier in diesem Bereich da unten. Trotzdem auch FTM hat das Potenzial hier nochmal in dem Bereich von 0,60 Dollar bis 0,53 Dollar auf jeden Fall runter zu kommen. Das müsst ihr einfach einplanen. Wir haben hier noch Riesenvoids. Früher oder später könnten sie gerne gefüllt werden. Vielleicht jetzt, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Sehen wir dann trotzdem, es kam auf jeden Fall schon mal gutes Kaufvolumen rein. Das Volumen hat gut zugenommen. Die Leute sind am Kaufen in diesem Bereich. Was ich mir jetzt auf jeden Fall noch wünschen würde, klingt zwar scheiße, aber trotzdem, lower low hier vielleicht, eine Bullish Divergence und dann wirklich ab die Rakete. Das wäre jetzt so das Wunschszenario. Letzter rapide Abverkauf, genauso wie bei Bitcoin und dann das Breakout nach oben. So viel zu mir. Schauen wir uns auch ganz kurz die News an. Es gibt keine News. Ansonsten eine E-Gold und Haber, Hedara, Chartanalyse plus eine BNB und Chainlink-Chartanalyse. Ansonsten gibt es von meiner Seite nicht mehr viel zu sagen. Wie gesagt, checkt das Video ab mit den Jungs von Trading on Air. Kommentar unten lassen, Like da lassen, damit ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Die Gewinner werden heute Abend, soviel ich weiß, ausgelost bei mir auf dem Kanal, Donnerstag wahrscheinlich dann bei den Jungs. Auf jeden Fall würde ich sagen, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal, lasst auf jeden Fall einen Kommentar drauf. Wenn ihr irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, würde ich mich darüber freuen. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Freue mich drauf und chillt noch einen schönen Tag. Schönes Wetter draußen. Wir hören uns morgen wieder. Ciao, ciao. Stay Crypto.